Ach so, don't push the button. Don't push the button. Gab's nicht mal so Lied irgendwie? Push the button. Mit Will.i.m. und so. Ich hab doch schon alles. Hier ist der Garage. Er ist die Etage. Ach so, aber schon. Ich hab irgendwo mein Gemälde. Das ist von mir aus im Jahr 1986, dass Girl aus Ipanema den Aufzug nur im Brandfall nutzen. Hier, das kann ich mir werfen, das ist nämlich der kaputte Schild. Der kaputte Schild? Ja. In der 18. Etage. Push the button is von... Von Dings. Ich meinte, die sind elektronisch. Oh, ein Körbe. Oh, ein Goldbäsche. Ich hab mich da drin. Das ist doch schlimm, weil da noch einer auf dem Teil geht. Muss man natürlich erstmal den Ausblick... Ach ja. Ey, was ist denn hier? Man muss doch schlecht bezahlen. Man kann hier auf die Kirche... Oh, man kann aufs U gucken. Man kann aufs U gucken. Das ist in Dortmund natürlich so ein bisschen wie der Kölner Do. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben wunderschönes Wetter draußen. Vorhin war schon noch so ein bisschen beruhigt, aber jetzt geht's. Wir sind in Dortmund. Weil wir... Wo sind wir? Wie heißt das? Hohreggie geht's auch in Dortmund jetzt. Und da sind wir dieses Wochenende. Und wir haben uns mal gedacht, wir machen einen Tagesvlog. Also lieber jetzt reden, weil später kommt es nicht mehr. Ja, klar. Wir sind jetzt in unserem Hotelzimmer und wir fahren jetzt gleich da zum Bischdinger-Dingsparken. Und melden uns morgen dann wieder. Aber Emo geht nicht rein. Ah, da bist du. Ist schon was mehr los? Ist schon was los? Toll. Ist voll? Ja? Geil. Ja, ist ziemlich geil, ja. Wie viele Tausend? Ja, dann schauen wir jetzt mal. Alles klar. Ja, wir müssen ja die Kati angerufen. Okay. Hallo. Hier ist der Paul von den Potpoeten. Hallo Kati. Wir stehen hinten am Container, wo gestern das da draufsteht. Und würden gerne unsere Bändchen entgegen nehmen. Und wir sollen nicht anrufen. Ach, geil. Wirklich so. Der effekt mich einfach so. Oh, Scheiße. Ich könnte mal ein bisschen kleiner werden. Sehr schön ab. Was? Scheinriesel. Was? Ob wir kleiner werden können. Ja, sehr. Ja. 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 Das ist jetzt schon Urlaub, oder? Nein, das ist Urlaub. Ist das Urlaub? Ja. Es ist ähnlich wie Holland, aber besser. Krass. Es ist viel Holland, aber besser. Krass. So, da ist die Hauptbühne. Was? 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 Es ist schön. Es ist schön. Die Sonne ist da. Es ist alles da. Sieh! Wenn dein Turnierизнес Zwischen Mein Name ist der Justiz J bye Untertitelung des ZDF, 2020